Hallo und willkommen in meiner Küche. In diesem Video zeige ich, wie ich aus zweimal einem Kilogramm Mehl vier verschiedene Brötchensorten backe. Am Vorabend meines Backtages gebe ich in zwei Rührschüsseln jeweils 500 Gramm Mehl und zwar in die eine 500 Gramm Dinkelmehl Typ 630 und in die andere Schüssel 500 Gramm Dinkelvollkornmehl. Nun wiege ich 0,05 Gramm Hefe ab und nein, ich habe mich nicht versprochen, 0,05 Gramm. Das mache ich auf einer Feinwaage und da die nicht jeder im Haus hat, lege ich ein Streichholz daneben, damit ihr eine Größenvorstellung von der Menge bekommt. Es reicht also vollkommen aus, ungefähr die Menge eines Streichholzkopfes in das Mehl zu geben. Darauf gebe ich nun die gleiche Menge Wasser, also 500 Gramm kaltes Wasser. Ich habe den Wasserhahn extra eine Weile laufen lassen, damit es richtig kalt ist. Wer kein Leitungswasser nehmen will oder kann, weil es zum Beispiel zu chlorhaltig ist, nimmt stilles Wasser. Diese drei Zutaten werden nun am besten mit einem Löffel kurz verrührt, bis eine homogene Masse entstanden ist. Das gleiche mache ich mit dem Vollkornmehl. Die beiden Schüsseln bleiben nun über Nacht zugedeckt bei Raumtemperatur stehen. Am nächsten Tag gebe ich die Hefe dazu, und zwar einen halben Würfel pro 1 Kilogramm Mehl. Dabei achte ich immer auf das Ablaufdatum. Abgelaufene Hefe verwende ich höchstens noch einen Tag nach Verfallsdatum. Bei Hefe handelt es sich um lebende Kulturen und im Gegensatz zu Salz macht dieses Datum wirklich Sinn, denn es kann sein, dass die Hefen abgestorben sind und dann war die ganze Arbeit umsonst. Das gilt übrigens auch für Trockenhefe. Die Hefe habe ich auf meinen über Nacht geführten Vorteig gegeben und rühre sie nun unter. Nun gebe ich in beide Rührschüsseln jeweils 250 g helles Dinkelmehl sowie 250 g helles Bio-Weizenmehl. Dinkelmehl enthält nicht so viel Gluten, also Klebeeweiß, wie Weizenmehl. Da der Teig dann nicht so viel Elastizität entwickeln kann und dazu neigt, nach dem Formen auseinander zu laufen, gebe ich immer noch etwas Weizenmehl dazu. Allerdings nehme ich immer Bio-Weizenmehl, das noch aus alten Weizensorten hergestellt wird und nicht so hoch gezüchtet ist. Dann wiege ich noch zweimal 20 g Salz ab. Dem Teig Salz zuzugeben, vergisst man nur einmal. Nach dem Abwiegen spanne ich die Rührschüssel in meine Knetmaschine und gebe noch einen Esslöffel Joghurt sowie einen Esslöffel Rapsöl auf das Mehl. Nun lasse ich alles vermengen. Die Knetmaschine macht immer den Eindruck, als ob der Teig viel zu fest ist. Früher habe ich dann immer noch etwas Wasser dazugegeben, was aber oft gar nicht nötig war. Deswegen halte ich nach vielleicht einer Minute die Maschine an und mache einen Drucktest. Fühlt sich der Teig sehr fest und undurchdringlich an, gebe ich noch etwas Wasser dazu. Das war aber hier nicht der Fall und so konnte die Maschine weiterarbeiten. Das Salz gebe ich jetzt erst dazu, denn Salz ist zwar gut für den Geschmack, aber nicht gut für die Hefe. Darum lasse ich Mehl, Wasser und Hefe erst zusammenkommen und gebe dann erst das Salz dazu, damit die Hefen sich unbehelligt vermehren können. Nun lasse ich den Teig ca. 7-10 Minuten kneten. Die Knetdauer hängt auch immer von der Maschine ab. Vertraut eurem Gefühl, der Teig sollte sich vom Schüsselrand gelöst haben und schön geschmeidig sein. Nach dem ersten Teig wiederhole ich den Vorgang mit dem zweiten Teig, in diesem Fall der Vollkornteig. Auch hier gebe ich Joghurt und Rapsöl hinzu. Manchmal kommt es vor, dass das Mehl beim Rühren überschwappt, dann hält man die Maschine nochmal an und rührt etwas Mehl mit dem Löffel unter und macht dann weiter. Nach einer Minute mache ich wieder den Drucktest, gebe das Salz dazu und lasse alles 7-10 Minuten durchkneten. Denkt immer daran, es ist einfacher, einen zu feuchten Teig durch Zugabe von Mehl trockener zu bekommen, als einen zu trockenen Teig durch Zugabe von Wasser geschmeidiger zu machen. In letzterem Fall schmiert das Wasser an der Oberfläche des Teiges und es dauert eine ganze Weile, bis es sich eingearbeitet hat. Während der zweite Teig geknetet wird, hole ich mir den ersten Teig aus der Schüssel und knete ihn noch ein paar Runden, wie gezeigt von Hand durch. Das ist zum einen gut für die Elastizität des Teiges, zum anderen ist der Teig relativ weich und so kann ich noch ein klein wenig Mehl einarbeiten. Außerdem tut die Handwärme der Hefe gut. Anschließend gebe ich ihn zurück in die Schüssel. Mit dem zweiten Teig gehe ich genauso vor. Die beiden Teige lasse ich nun ungefähr eine Stunde stehen, bis sie sich sichtbar vergrößert haben. Dies ist der helle Teig. Nach der Ruhezeit wird er aus der Schüssel geholt, in die Länge gezogen und halbiert. Aus der ersten Hälfte mache ich Knauzen. Ich teile einen Teigfetzen ab, ziehe ihn in die Länge und falte ihn aufeinander. Obenauf kommt noch etwas Mehl für ein rustikales Aussehen. Der Teigling kommt auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Aus der zweiten Hälfte mache ich Sesambrötchen. Der Teigstrang wird halbiert und weiter halbiert, bis ich acht Teigstücke habe. Ein Teigling wird an den Ecken aufeinander gefaltet, die neu entstandenen Ecken nochmals in die Mitte gefaltet und anschließend wird der Teigling auf der mehlfreien Arbeitsfläche kreisförmend gedreht, damit der Teig zusammenklebt. Damit der Sesam schön auf den Brötchen haften bleibt, wälze ich sie zuerst in etwas verschlagenem Eiweiß und anschließend in Sesam, den ich immer in einer passend großen, verschließbaren Box lagere. Wer kein Eiweiß nehmen will, nimmt Wasser. Leider fällt der Sesam dann schneller vom Brötchen und geht verloren. Wer die Brötchen nicht rund schleifen möchte, kann es auch lassen. Es ist zwar nicht Legeartes, aber man erhält ein Brötchen. Hier könnt ihr sehen, dass ich eines einfach so genommen habe und mit Ecken und Kanten auf das Blech gelegt habe. Mal sehen, was dabei herauskommen wird. So, jetzt kommt der Vollkorn-Teig an die Reihe. Das Prozedere ist das gleiche. Teig aus der Schüssel holen, halbieren und die Hälfte in acht Teile teilen. Zunächst mache ich acht einfache Vollkornbrötchen, die ich auch nicht rund schleife, sondern ich suche mir die acht gleichmäßigsten Quadrate heraus und lege sie aufs Backblech. So sieht es aus. Aus der zweiten Hälfte mache ich Körnerbrötchen. Dazu ziehe ich den Teig etwas auseinander zu einem Rechteck, welches ich mit angefeuchteten Fingern mit etwas Wasser bestreiche. Dann drücke ich die angefeuchtete Seite auf meine Körner und rolle sie anschließend wieder auf. Auf die Außenseite kommen natürlich auch noch ein paar Körner, weswegen ich den Teigling in etwas Eiweiß gebe und daraufhin in den Körnern wälze. Alles wird schön angedrückt und auf das Backblech gelegt. So sehen die Prachtstücke aus. Hier sind die vier Backblecher auf meiner Arbeitsplatte zu sehen. Sie müssen noch einmal gehen. Dazu decke ich sie mit einer Bäckerplastik ab, damit sie nicht austrocknen. Wie lange die Teiglinge brauchen, um sich erkennbar zu vergrößern, hängt von der Raumtemperatur ab, davon wie gut die verwendete Hefe war, aber auch von der Außentemperatur und ich habe auch schon beobachtet, dass der Luftdruck einen Einfluss auf das Gebäck hat. Eine Stunde sollte man einplanen. Der Backofen wird auf 190 bis 200 Grad Celsius vorgeheizt und die Brötchen werden dann bei 180 Grad 13 bis 15 Minuten gebacken. Das kann ofenbedingt natürlich variieren. Da ich die Brötchen nach dem Abkühlen einfriere, backe ich sie nicht gerne sehr trocken und sehr knusprig. Nach dem Backen werden sie auf Kuchengitter zum Auskühlen gegeben. So sehen die Brötchen aufgeschnitten aus. Noch ein kleiner Tipp zum Einfrieren. Ich bereite mir immer gemischte Brötchentüten vor, denn wenn man eine Brötchenvariation zusammenstellen möchte, muss man sonst alle Tüten aufmachen und wieder verschließen. Ich hoffe, ihr habt Lust bekommen, eure Brötchen einmal selber zu backen. Sie schmecken wunderbar und sind mit Industriebrötchen nicht im geringsten zu vergleichen, denn durch die Ruhezeiten, vor allem aber die Zubereitung des über Nacht geführten Vorteiges, kann sich der Geschmack viel besser entfalten. Zutaten und Mengenangaben findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Empfehlt meinen Kanal gern euren Freunden und Bekannten weiter. Viel Spaß beim Backen und wie immer guten Appetit!